Hallo ihr flauschigen Weihnachtskaninchen, heute kaufe ich mir ein super Tittenaffen geiles mega flauschiges Connyrama, Conny in Mistfall, und vielleicht kann ich auch ein schnuckeliges Connymara im Winterschlussverkauf ergattern. Mal sehen was sie so im Sonderangebot haben. Oha dieser Mustang ist aber etwas komisch gestreift. Womöglich ist es ein getarntes Zebra oder jemandem hier ist die braune Farbe ausgegangen. Außerdem hat die Bolide nur ein PS. Definitives Nein für diesen Zossen. Oh Moment. Da kommt ein Anruf. Ich habe gehört es gibt ganz in der Nähe auch einen Haflinger. Was macht der denn hier? Meine BFF Mandy Master Dotter hat ja schon den Conny von der Koppelinsel. Ich war ganz schwarz vor Neid, deswegen muss ich jetzt mein Geld für ein neues Pferd ausgeben. Katsching Katsching. Bling Bling. Rich Bitch und so verstehen sie. Na dann mal her mit dem Connerdingenskirchenspony. Unter 900 Star Coins, das ist ja ein ganz funkeltastisches Schnäppchen, super duper billigoschneacho macho. Jetzt komm ran du Last und Zugtier. Mama braucht ein neues Pferd im Stall. Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper. Hey warum so ein langes Gesicht? Haha her, kleiner Witz am Rande. Zurück zum Thema. Hey Stallbursche pack mir den Schlitten hier ein und mach Preisschild ab, soll ein Geschenk sein. Also jetzt suche ich mir noch nen recht dämlichen Namen aus und dann kann's auch schon losgehen. Ich reite gleich mal zu Steve und pose ein wenig mit meinem neuen Reittier rum. Mal sehen ob ich ein paar Likes auf Instagram dafür abstauben kann. Ach ja mach du doch auch mal likey likey Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent ihr Kirschgern kissen, HDGDL deine Mandy und immer schön flauschig bleiben.